Hi und herzlich willkommen hier bei Fennec Time mit Coco und Butze, dem Online-Format, in dem wir euch die Produktwelt von Fennec näher bringen. Heute mit dem Kampf unserer mobilen Feuerschalen. Die Oktagon gegen die Hexagon um den Preis der besten Feuerschale. Die Oktagon gegen die Hexagon mit einem Kampfgewicht von 2,7 kg, einem Volumen von 30 Litern, einem Packmaß von 22 x 22 x 2,6 cm, ihr Spezialgebiet leicht und sehr kompakt. Und in der linken Ecke der Titelverteidiger Hexagon mit einem Kampfgewicht von 3,9 kg, einem Volumen von 17 Litern und einem Packmaß von 32 x 26 x 2 cm, Spezialgebiet, kompakt und sehr belastbar. Die Oktagon besteht aus 10 Einzelteilen und hat ein Volumen von 13 Litern. Die Hexagon besteht aus 7 Teilen und hat ein Volumen von 17 Litern. Die Hexagon ist so klein und kompakt, zusammengelegt, passt die easy in unsere optionale Fennec-Tasche. Die Oktagon ist so kompakt, die passt sogar mit ihrer optionale hälflichen Tasche in den Fennec-Hugzeug frei. Aber die Oktagon ist nicht einfach nur eine Feuerschale. Mit dem optional erhältlichen Grillrost kann man darauf kochen, grillen und sich wohlfühlen. Das kann die Hexagon schon lange. Mit unserer Vorfeuer hat man nicht nur einen Grillrost, sondern auch noch eine Planscherplatte. Chapeau! 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 Was übrigens richtig gut ist bei der Hexagon ist die optional erhältliche Stand-Up. Hier habe ich eine Erhöhung, die dann den Untergrund auch vor Hitze schützt. Chapeau! Super wunderbar, das kann die Oktagon auch und dazu brauchen wir diese vier Füße. Chapeau! 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 aggressive Füssen. Kommt gerade mal auf 3,9 Kilo Gesamtgewicht. Und Juso Caruso? Chapeau. Das kann ich leider nicht mithalten. Aber in puncto Qualität ist die Hexagon Paradebeispiel für Nachhaltigkeit und Langlebigkeit. Kollege, du hast was vergessen. Beide Produkte stammen aus dem selben Haus. Die Oktagon wird mit denselben Maschinen, mit denselben Qualitätsanforderungen genauso produziert wie deine Hexagon. Ist einfach cool, ne? Sei bereit. Hey, ohne Schiene. Unentschieden. Sehr geil. Aber eines muss ich dir sagen. Du hörst mich doch von der Oktagon. Überzeugt. Klein, handlich, in den Rucksack. Wenn ich mit meiner Frau und meinem Sohn unterwegs bin, so mit dem Fahrrad an der See. Da ist alles dabei. Das ist perfekt für uns. Aber ich muss dir auch sagen, die Hexagon, die hat es mir jetzt tatsächlich auch angetan. Mit ihrem Stand-up, schön hochgestellt, mit einem Vorfeier oben drauf. Kann man Spiegel einmachen, bacon, mega. Ja, gerade für mich mit meinen drei Kindern, mit meiner Frau, wenn wir mit dem Kämpfer unterwegs sind. Super. Abends, schön gegrillt, Feuerchen. Kann man sogar einen Flammlachs draufstellen. Finde ich super. Die Infos zu diesen wunderbaren Produkten. Und viel mehr findet ihr auf unserer Webseite. Und folgt natürlich auch unsere Social-Media-Accounts. Die da werden Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp-Kanal und YouTube. Auch hier immer schön abonnieren und auf dem Laufende bleiben. Hier bei Fennig. Ciao, bis zum nächsten Mal. Und jetzt hauen wir uns noch ein bisschen. Komm her. Komm her. Futs. Komm her. Vielen Dank.